Das WB-Gespräch vom Willisauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar-Generalagentur Willisau-Entli-Buch, der Reifisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview vom Willisauer-Bott. Vor genau einem Jahr wurden in der Schweiz die ersten Fälle von Covid-19-Erkrankungen festgestellt. Seither beschäftigt uns das Thema alle mehr, dass es uns lieb ist. Die Suche nach der richtigen Strategie, nach einem Mittelweg zwischen den verschiedenen Interessen, sorgt auch in diesen Tagen wieder für hitzige Diskussionen. Wir versuchen das heute ein bisschen einzuordnen mit unserem Gast, der Kantonsrätin Inge Leichsteiner. Sie ist unter anderem Mitglied auch von der Gewerbegruppe vom Kantonsrät und Vizepräsidentin der Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaft und Gesellschaft AWG. Herzlich willkommen. Guten Tag. Inge Leichstein hat es eine nächste persönliche Frage, wenn ich darf. Sie sind ja vor einem Jahr als eine der ersten öffentlichen Fälle, wenn ich das so darf sagen, thematisiert worden, die den Covid-Erkrankungen hatten. Damals war das noch aufsehenderregender als heute. Wie haben Sie die Zeit erlebt und vor allem, wie geht es Ihnen heute? Danke für die Nachfrage. Danke mir Gott sehr gut heute. Ja, ich habe das speziell erlebt gehabt seiner Zeit. Ich bin zurückgekommen von den Skiferien und mit einer komischen Verkältung irgendwie zum Doktor. Und dann musste ich feststellen, dass ich Covid-Erkrankt bin. Was natürlich für mich doch ein Schock gewesen ist. Aber mein Arzt und man hat mit mir zusammen das sehr gut bewältigen können. Ich hatte einen mittleren Verlauf, konnte mich zu Hause therapieren. Und heute geht es mir sehr gut. Ich konnte mich gut wieder auftrainieren. Und ich habe zum Glück keine gesundheitlichen Schäden aus dieser Krankheit heraus. Und bin sehr dankbar für das. Und immer noch Antikörper, das ist ja auch eine solche Frage. Ich habe noch einen Antikörper im September gemacht, bin ich testen und hatte es auch noch. Das war über ein halbes Jahr. Ich würde sagen, vielleicht hätte ich noch. Die Corona-Diskussion hat sich auch seit dieser Zeit stark verändert. Am Anfang stand ja vor allem die Gesundheit im Vordergrund, der Schutz der Gesundheit. Mehr und mehr ist natürlich auch die Wirtschaft zu einem Thema geworden. Die Leiden vor allem von der Wirtschaft, die zunehmend grösser geworden sind. Und das Ganze ist eigentlich seit dem Jahr so ein Abwägen. Die Suche eben nach dem Mittelweg. Sei das vor allem auch vom Bundesrat natürlich, aber auch jetzt inzwischen von den Parteien, die da hin und her nach dem Weg suchen. Stimmt der Weg noch für Sie im Grossen und Ganzen? Oder sind wir inzwischen auf Abwägen gekommen? Sind wir zu einseitig, Richtung Gesundheit unterwegs? Ja, aber die Mitte wäre ja immer gut, das wissen wir. Nein, Spass beiseite. Es ist natürlich schon so, Gesundheit ist etwas vom Grössten, was ein Mensch kann haben. Ohne Gesundheit geht ja auch nichts. Und zu diesem gilt es wirklich, Sorge zu tragen. Aber es sind die zwei Patienten, es sind die kranken Leute und die Bevölkerung, die gegen eine Pandemie kämpfen müssen. Und die Wirtschaft, die natürlich eben so leidet darunter. Und es gibt verschiedene Gesundheiten, oder? Ich meine, die Pandemie hat es auch gezeigt, dass während der ganzen Lockdowns und diesen Einschränkungen die Leute auch psychisch gelitten haben und eben dort alle erkranken können. Also es ist dann nicht nur so, dass man nur Gesundheit sehen muss, sondern eben auch, wenn man keine Arbeit mehr hat, ist dann auch diese extrem gefährdet. Und darum gilt es, Sie haben das richtig gesagt, den Mittelweg zu bestreiten, oder? Und das ist natürlich enorm ausfordernd. Es geht darum, Existenzen zu retten, es geht darum, Arbeitsplätze zu retten und nebenzu Gesundheit der Bevölkerung zu garantieren. Und ich glaube, es braucht auch jeder Einzelne, der halt da seinen Beitrag eben auch dazu beiträgt. Ich habe ja gesagt, die Wirtschaft ist in letzter Zeit läuter geworden, wenn wir das sagen. Haben Sie das Gefühl, Sie werden jetzt wenig gehört? Also auch das Interesse der Gewerbe zum Beispiel, dass man das zu wenig gewichtet, vor allem in Bern, also konkret im Bundesrat. Also, ja, in Bern stellt man irgendwie halt schon fest, dass die Wirtschaft zweitrangig behandelt wird. Also das Gefühl hätte ich auch. In Bern stellt man die Volksgesundheit einfach voraus und das macht sicher auch Sinn. Aber man darf wirklich nicht vergessen, wie ich es vorhin gesagt habe, die Wirtschaft ist auch ein Patient. Und zu dem muss man auch schauen und zu dem sollte man auch Rechnung tragen können. Und manchmal habe ich das Gefühl, in Bern sind einfach gewisse Branchen oder gewisse Anliegen gar nicht gehört. Es zeichnet sich so ein Muster ab, wie jetzt auch mit den aktuellen Diskussionen, die man gehört über Terrassenöffnungen oder Nichtöffnungen und über andere Bereiche, die wirklich als Härtefälle gelten und nicht vom Fleck kommen und nicht gehört werden. Ja, auf das komme ich gerne zu. Gaston ist ja ein Schwerpunktthema. Vorher noch, Sie sind Mitglied der AWG, das ist innerhalb der CVP ein Wirtschaftsflügel in Afriussäuser, wo sich zum Teil der Stellungnahme zum Beispiel vom Gewerbeverband unterscheidet. Wo sehen Sie eine andere Sicht? Also der Gewerbeverband ist ja relativ pointiert, laut und gegenseitig natürlich auch. Also das trägt ein bisschen zur polarisierend bei und die AWG will ja, wenn ich das richtig verstehe, eben der Mitte weggehen. Auch wieder in der Mitte, genau. Nein, es ist schon so, der KGL ist natürlich anders unterwegs, muss auch anders unterwegs sein. Wer ist mandatiert? Der ist ein Verband, der die Interessen der Wirtschaft eigentlich muss vertreten. Also er hat einen Auftrag, das durchzusetzen und die Interessen von seinen Mitgliedern oder von seinen Vereinen, die Mitglied sind, umzusetzen. Die AWG heisst, wie es im Titel heisst, Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft. Also wir haben drei Pfeiler, die sich schon unterscheiden. Und wir sind vereinsmässig unterwegs, also wir sind nicht ein Verband, aber wir nehmen die Interessen von unseren Mitgliedern selbstverständlich wahr und vertreten sie auch politisch, aber auch gesellschaftlich. Und ich glaube, die AWG, eben mit diesen drei Pfeilern, ist ja so ein bisschen in dem Sinn unterwegs, dass man nicht nur die Wirtschaft alleine sieht, sondern auch die Gesellschaft. Und das pflegen wir auch im Zusammenhang mit politischen Themen, wo wir Veranstaltungen organisieren, zu politischen Themen, die die Wirtschaft betreten und vertreten und wir aber auch immer Stellung nennen zu wirtschaftlichen Themen im politischen Umfeld. Und die Gesellschaft ist wirklich auch hochgeschrieben, also ich denke, der Slogan, anständige Wirtschaften sei ziemlich viel, mit dem war man vor Corona sehr gut unterwegs und hat das gepflegt. Jetzt bei Corona, eins von den grossen Themen, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen und dort nimmt eben auch die AWG pointiert in einer Stellung, die Gastronomie, Sie bezeichnen es glaube ich als Bauernopfer, also die AWG von der ganzen Geschichte, da haben Sie das Gefühl, da läuft etwas schief? Ja, ich weiss auch nicht, ich bin mir selber bald nicht mehr so daraus oder was eigentlich der Bund will. Ich glaube, da bin ich nicht einmal ganz alleine, weil die neuste Weisungen sind, dass man Handwerker und Handwerkerinnen, Baummitarbeitende über die Mittag verpflegen kann, wenn man sich anmeldet. Das geht jetzt, im Winter ist das nicht gegangen, wo es nötig gewesen wäre, jetzt muss man es glaube ich nicht mehr machen, das würde sonst auch laufen. Da hat man dann die Leute ganz anderen Risiken ausgesetzt. Ich habe etwa die gesehen, wenn Mitarbeitende in einem kleinen Lastwagen in den Dritten hoch gesessen sind und haben so essen müssen. Das waren andere Voraussetzungen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist etwas zu spät. Aber auch mit diesen, ich weiss nicht, ob es jetzt mit diesen Terrassenschichten kommt. Ja, natürlich. Das ist ein Streit, der eigentlich schade ist, der gar nicht sein müsste. Und ich glaube, der hat den Nährboden einfach in einer Kommunikation respektive in einer Strategie vom Bund, die einfach nicht aufgeht. Ich glaube einfach, dass man das zu wenig guter Boden hat. Bund und Kantone miteinander und dann Kantone unter sich selbstverständlich auch. Also ich habe einfach das Gefühl, dort erfährt der Bund eine Strategie, die nicht gut ist. Und man sieht dort auch so ein Muster, dass immer wieder, immer wieder gewisse Bereiche tangiert werden und dass einfach die Lösungen präsentiert werden, aber nicht abendiskutiert sind und auch die Konsequenzen zu wenig dargestellt werden. Und die Gastronomie, ja, die hatten sehr gute Konzepte und eigentlich bewiesen oder erwiesen, dass man sich jetzt bei einem Nachtessen, mit einem guten Schutzkonzept, prinzipiell Methode anstecken, weder irgendwo sonst, ist ja auch nicht erwiesen gewesen. Und darum hat mich das schon auch sehr, sehr komisch gedacht, dass man einfach die Gastronomie sofort runtergefahren hat. Und ob man jetzt die Terrassen auf tun soll oder nicht, das könnte ich jetzt… Von vielen Werten hört man ja auch, das bringt mir eigentlich gar nicht. Also für viele Betriebe ist das ein ganz kleiner Teil aus der Pflicht-Ausführungsrestaurant. Ja. Und die Stadt vielleicht, wo man natürlich mit einem Strassenkaffee etwas machen könnte. Aber es schafft wieder neue Ungerechtigkeiten, das ist richtig. Und ja, in diesem Sinne, nicht jeder hat eine Terrassen, die man bedienen kann. Es ist ähnlich wie die Hotellerie, die kann eigentlich Abendessen, Morgenessen, Mittagessen servieren, nur weil sie einfach eine Beherbergung haben. Aber im Prinzip das Vorgehen und das, was man macht in diesem Bereich, ist genau das Gleiche, wie wenn ich geordnet nach Schutzkonzepten an einem Tisch, mit Abständen, Masken, alles, gehe essen. Also da habe ich erst ein wenig Mühe. Gegenargument natürlich sind die Unabwägbarkeiten des Virus, die Mutationen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie auch unterstützt, dass man quasi diese aussen vorlassen und einfach ein Datum festsetzen sollte. Nein, nein, nein. Es geht ja auch so politisch. Nein, nein, nein. Und Abwägig hat sich auch da klar eigentlich bekennt dazu. Wir haben ja ziemlich, ja, zeitgleich mit, nein, ein bisschen vor dem Bund, hat man gesagt, die und die und diese Zahlen, so viele Ansteckungen, Reproduktionswerte, so und so, genau diese Zahlen festgelegt, oder? Und natürlich muss man immer wieder die Pandemiesituation beurteilen und dann wieder die Massnahmen beschliessen. Das macht den Bund schon richtig und macht es eigentlich auch gut. Und wie gesagt, es ist schwierig oder in dieser Situation überhaupt jemandem etwas richtig zu machen. Es kommt dazu, dass der Föderalismus im Moment widerspült. Das ist ja an sich gut, das ist eine Stärkung aus dem Land, aber eben in dieser Situation vielleicht mit Schwierigkeiten verbunden. Gerade auch in der Zentralschweiz fällt ja auf, dass gewisse Kantone fast ein wenig renitent sind. Luzern hat eher einen vorsichtigen Gangart, sage ich jetzt mal, und das beisst sich dann ein wenig. Und andererseits spricht man von Solidarität, man tut Impfdosen austauschen. Das geht auch nicht immer auf. Also Luzern, sind sie zu brav oder müssten sie manchmal auch mehr auf den Tisch klopfen? Ich glaube brav sind wir schon nicht ganz, aber sehr, sehr vernünftig. Und wenn man jetzt diese Situation vielleicht vor so Ende Jahr in Jänner, also Mitte Jänner anschaut, wo die Ski-Gebierte hatten, sollen aufgehen, etwas sind offen gewesen, etwas hat man hier unten gehalten. Luzern ist zugelieben. Luzern hat eine Zentrumsfunktion und es ist natürlich schon ein bisschen unsensibel, von diesen anliegenden Kantonen die Gebiete offen zu lassen, mit der Hoffnung, dass man dann die Verletzten trotzdem mit Luzern intensiv bett bringen kann. Natürlich ist nicht jeder Skiunfall ein Ips, aber die Betten waren dermassen beleidigt. Das Personal war so ein Anschlag. Und wenn man dann unsensibel einfach nicht hören will, dann ist das schon schwierig. Und da finde ich, ist es nicht wirklich fair gegenüber diesen Kantonen. Und ich finde es auch noch, es waren nicht nur Skiunfalle. Wir haben ja auch in den Kantonen, mit dem Spital hat man ja auch Operationen verschoben von Leuten, die das nötig hatten. Ich meine, wie mussten sie sich fühlen, wenn einfach unsensibel die Kantone sagen, nein, wir in der Wirtschaft, ja, das ist richtig, die Skigebiete offen lassen, wir machen da weiter. Wenn schon, dann alle. Aber in dieser Situation war es wahrscheinlich gerechtfertigt. Jetzt hat sich das geändert und die Skigebiete sind wieder offen. Jetzt haben wir wieder einen nächsten Streit. Das wird wahrscheinlich immer wieder so ein, ein anderer hinterher sein. Wenn wir noch im Kanton bleiben, die anderen Aspekte sind die Härtefallentschädigungen. Also es geht ja gerade jetzt in der Gastronomie, die ja den Hauptteil davon beansprucht, haben sie das Gefühl, das funktioniert gut. Es gibt Forderungen, vor allem von links, die sagen, ja, das müsste mehr sein. Und von rechts, jetzt hör ich auf, wir haben jetzt genug Steuergeld ausgegeben, sind vielleicht so diese Positionen. Ich glaube, wie viel oder wie wenig oder zu viel oder zu wenig ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie oder wie schnell diese Gelder dann ausgegeben werden konnten. Das ist jetzt auch ein Thema, das man in der letzten Session auch gefordert hat, dass die Zahlungen, also die Gesuche einfacher müssen sein, dass sie schneller ausgelöst werden müssen. Und ich bin der Überzeugung, der Kanton macht das Möglichste. Natürlich auch wir als Kantonsraten, der auch gewisse Anforderungen stellt. Und nicht zuletzt der Steuerzahler, der dann irgendwann die Abrechnung auch will und sagt, hier haben wir das gezahlt und wieso hat er bekommen, wieso der nicht. Und mein Geld wird so und so ausgegeben. Ich habe das Gefühl, es ist auch wieder ganz ein schwieriger Weg, aber der Kanton Nuzern macht das Möglichste. Und dass es jetzt so lange gegangen ist, ist natürlich aus Sicht der Unternehmen nicht schön. Das ist richtig. Und ich kann das verstehen, dass sie jetzt ihr Geld wollen. Und ich hoffe, dass es wirklich jetzt auch schneller vorwärts geht. Und ich denke, dass hier das Finanzdepartement das Möglichste macht daraus heraus. Ja, wir können nicht in die Zukunft schauen, leider. Aber wir können hoffen, gibt es auch in dieser allgemeinen etwas verhärteten Situation im Moment einen Leichtblick, den Sie jetzt sehen und sagen, auch hier kann man doch darauf hoffen, dass die Zeiten wirklich wieder besser werden. Ja, ich denke, das Impfen und das Testen wird wahrscheinlich unsere nächste Zukunft bestimmen. Wir werden uns, ich hoffe, dass sich möglichst alle Leute impfen lassen lassen, dass es wieder eine gewisse Normalität geben kann. Ich hoffe auch, dass das getestet wird, dass es nötig wird. Ich denke, der Kanton Grabünd hat das nicht schlecht gemacht. Die haben getestet, haben hart eingedämmt und haben dadurch wieder Kontrollen bekommen. Er ist immer mit Kosten verbunden, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, die Gesundheit ist wirklich ein grosses Gut. Und ohne Gesundheit läuft auch die Wirtschaft nicht. Und es ist halt wirklich so ein Rattenschwanz. Es geht ein wenig rundherum. Und ich glaube, das Impfen wird uns eine gewisse Freiheit wieder geben. Ich hoffe es sehr. Auf was freuen Sie sich ganz besonders, wenn wir wieder halbwegs normal unterwegs sind? Ui, das soll ich aufzählen. Ganz, ganz viel. Aber das Wichtigste und Schönste ist, wieder mal sozialen Kontakte zu pflegen. Mal im Garten sitzen, ohne schlechtes Gewissen, mit etwa sieben, acht Leuten. Gute Kollegen, Freunde, ein Glas Wein. Gute Gespräche. Oder vielleicht auch mal wieder, wenn man jemanden trifft, spontan eine Umarmung. Ohne dass man denken muss, ich habe mir jetzt etwas weitergegeben. Und Reisen natürlich. Reisen wird natürlich noch eine Herausforderung sein. Hat man heute gehört, in der nächsten Zeit, ob es Impfpässe gäbe oder nicht. Das wird auch noch ein bisschen ein Chaos, gell, europäisch. Das denke ich. Aber ja, das sind so diese Sachen. Dann hoffen wir doch gemeinsam auf diese besseren Zeiten, auf einen guten Sommer. Wir sehen uns schon vorher wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war es vom heutigen WB-Gespräch. Das nächste in einem Monat. Es würde mich freuen, wenn Sie auch hier wieder dabei sind. Danke vielmals. Das WB-Gespräch vom Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Reifisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudentechnik. Untertitelung von SWISS TXT